Merkt? Nö eigentlich nicht aber bla 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 bla. Okay ich glaube wir landen wir direkt wieder in der achten kammer oder schon wieder im hub. Mal sehen. Ne geh ich mal von aus. Ja richtig. Ich hätte nicht gedacht dass ihr so weit kommt. Nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen aus denen ich sie entnommen hatte. Das hört man auch gerne. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Ich kannte mal ein Team das sich noch näher stand. Aber ich musste einen von ihnen vernichten. Der andere nun. Wahrscheinlich Caroline und Gladys nehme ich mal an. Die Caroline. Weil Mel lebt ja noch. Wird insgesamt okay. Okay wo geht es weiter? Ach da unten ist die nächste Kammer. Okay eins zwei und drei haben wir schon. Die vier. Transportschichte. Und wie viele gibt es hier? Haben wir auch schon eine fünf gesichtet? Nö. Okay. Irgendwie nicht. Aber die kommen glaube ich auch tatsächlich dann erst wenn die so weit sind. Ja wahrscheinlich. Begeben sie sich in die Demontagekammer. Achso. Ja. Ja. Ich sehe übrigens gerade irgendwie der Stream hat mittlerweile eine richtig schöne Verzögerung aufgebaut. Weil der manchmal nachladen muss. Ja ja. Das habe ich auch gesehen. Bei mir. Ich habe den hier links ganz klein laufen. Und ich sehe das gerade dass wir noch immer in der Kamera rum failen. Während wir mittlerweile ja schon wesentlich weiter sind. Ich muss da mal noch mal gucken. Ich hoffe ja dass tatsächlich demnächst meine Internetleitung etwas schneller wird. Das wäre praktisch. Danke schön. Mir ist aufgefallen dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Richtig. Ich glaube das gefällt mir nicht. Oh. Yay. Der Boden gefällt mir. Yay. Irgendjemand wird sterben. Du bist es. Warte. Ich würde da einfach mal gerne reinhüpfen wenn ich ehrlich bin. Okay komm. Schön. Wenn ich sehe wie ihr euch gegenseitig sabotiert staune ich über eure Freundschaft. Ja nö. Ja nö. Das ist doch wahre Freundschaft. Karrierenportal hinsetzen. Du bist nicht lustig über Blue. Genau. Ja ja. Tut mir leid. Komm jetzt auf diesen Knopf hier. Ja. Komm mit dir auf diesen Knopf warte. Du schwebst. Du schweb. Ich guck mal kurz wo man hinkommt wenn man hier durch geht. Okay hier ist das Ende. Wir müssen aber irgendeinen Gegenstand finden den wir dagegen drucken können. Kannst du. Ja genau. Also du kannst da drin kein Portal setzen. Nein. Du hast du das getan. Keine Ahnung. Ich konnte da gerade ein Portal platzieren. Echt. Okay. Warte warte. Satz du. Satz du. Ja. 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 Du kannst da drüben ein Portal platzieren. Ja. Da neben der Wand. Ein einzelnes. Ich nehme an dass da dann das Ding rein muss mit dem. Das uns schieben. Warte mal. Ich habe hellblau benutzt. Ja. Ja. Das ist ganz einfach jetzt. Komm ich. Runter. 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 Na warte. Wer ist jetzt hier das. Nein. Nein. Das war mein Fehler. Entschuldigung. Entschuldigung. Ne war mein Fehler. Ich bin abgerutscht. Das wollte ich jetzt nicht. Echt. War aber mein Fehler. Ich bin abgerutscht. Ja aber war mein Fehler. Ich habe das brutal weggesommen. Ja. 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 Weil ich bin gerade einfach vom Club abgerutscht. Deswegen hatte ich mich gefragt. Ne. 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 Okay. Ich habe hier dunkel gesetzt. Das heißt ich muss gleich hell versetzen. Okay. Alles klar. Hell. Eieieieiei. Nochmal rüber. Ich habe ich eben schon gefragt warum ich ihm untergefallen bin. So. Okay. Knöpf hier nochmal. So jetzt bleib ich erstmal hier. Hellblau versetzt und nicht dunkelblau. So. So. Okay. Ich bleib erstmal. Wohoho. Okay. Alles gut. Ich hatte zwar gerade Todesangst. In der Agonie. Aber hey. Die Pein. Die Agonie. Ach Mensch. Da bleib ich gleich mal drin. Oh. Warte. Warte. Ich bin drüben. Und schön. Ich werde hier. Ich werde dir das mal anchecken. Nein. Scheide hier ist. Wenn ich hier durchgehe ist der Grill. Und so. Ausgezeichnet. Ihr macht euch beide sehr gut. So. Oh. Ich hab mal gewonnen. Sag mal. Hat sie mich eben Verräter genannt? Äh. Wer weiß. Auch schön. Und der nächste Ladebildschirm. Ich bin kümmern. Eigentlich meine diese Ladebildschirme. Schlimm. Jaja. Aber man muss sagen. Das war auch die eine Sache. Die ich bei Portal 2 noch am Ende angemerkt hatte. Es gibt sehr viele Ladebildschirme. Ich habe mir das Geräte von Orange angehört. Und weiß wirklich nicht wie du das aushalten kannst. Du hast eine enges Geduld. Ja. Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Da weißt du Bescheid. Ab in die Soße. Okay. Du hattest recht Orange. Blue war blöd genug in deine Falle zu tappen. Ey. Ich war das nicht. So. Jetzt wiegelt sie uns gegeneinander auf. Das ist schön. Glaub ihr nicht. Glaub ihr nicht. So warte mal. Spie 18. Oh. Entschuldigung. Warte. War das jetzt richtig? Weiß nicht. Glaube nicht. Warte mal. Geh mal auf die Plattform bitte. Auf welche Plattform? Du musst da hinten dann nochmal auf die. Auf die. Also auf die. Auf die. Die kommt nicht weit genug. Ich habe es gerade ausprobiert. Deswegen bin ich ja gestorben. Achso. Du landest dann davor. Achso. Okay. Ja. Du kannst da hinten nochmal ein Portal setzen. Können wir die Plattform vielleicht umkehren? Gute Frage. Warte mal die Druck jetzt. Weg. Ach. Ich kann hier einfach runter. Okay. Wenn ich hier nach drüben gehe. Also du kannst auf alle Fälle hier nochmal einsetzen. Wo? Wo? Warte. Und hier. Ach da. Ah. Ja. Genau. Das bringt uns so leider nicht zu viel. Auf der anderen Seite. Dann wird das Ganze weitergeleitet. Ja. Ich glaube. Können wir da irgendein Objekt reinbringen? Wir haben ja keins. Ist ja das Problem. Ja. Deswegen. Also ich. Versuche nur gerade nachzudenken. Da können wir auch was einsetzen. Also wir können das da oben aufmachen. Und da vorne ist ein Knopf. Das heißt einer muss. Ah ja. Durchfliegen. Ah okay. Ich weiß wie das funktioniert. Aber wir müssen einen in den Strahl da rein kriegen. Ich weiß nicht wie das gehen soll. Und wenn wir auf das Katapult gehen. Dann landen wir ja wieder im Dreck. Ja. Probier es mal aus. Ob das vielleicht. Aber ich meine nicht. Dass es weit genug reichen würde. Ach. Aber ich weiß jetzt wie es funktioniert. Nee. Das habe ich dir jetzt erst gesagt. Nachdem du gestorben bist. Ja. Das ist total einfach. Blut hast du genau richtig vorher gesehen. Ach ja. Siehst du. Wusstest du sie. Okay. Du musst jetzt gleich nochmal auf das Katapult springen. Okay. Nur dass du diesmal. Ja. Da drüben rein. Da drüben rein. Ja. Das kann funktionieren. Oder vielleicht da einsetzen. Nee. Nee. Ich habe ja sonst keine Möglichkeiten dir das hinzusetzen wirklich. Also. Das Problem ist nur. Ich komme ja von hier aus nicht höher. Äh. Okay. Wo bist du? Moment. Ich bin hier an der Wand. Kommst du nicht höher? Nee leider nicht. Deswegen wollte ich ja auch. Dass du das Portal da drüben hinsetzt. Ach ja. Okay. Gut. Okay. Ja. Probier es einfach mal. Probier es einfach mal. Falls es nicht direkt klappt. Warte. Okay. Jetzt dürfen es aber gehen. Ja. Das sind ja nur deine Portale. Also bleibt hier alles. Genau. Gut. Dann der Knopf drücken. Knopf. 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 So. Dann habe ich ein Bällchen und mit dem Bällchen hier müssen wir dann den Laserstrahl blockieren. Glaub ich genau runter werfen jetzt. Oder? Kann ich hier runter? Nein. Ah. Da kannst du gerade nicht runter. Lass mich doch mal rein. Lass mich doch mal rein. Ist ja egal. Die Portale stehen ja noch. Ich frage mich nur wofür. Doch genau. Du musst wahrscheinlich nämlich jetzt seitlich durchspringen wenn das geht. Warte mal. Ich gucke mal kurz seine Sicht an. Du musst jetzt wahrscheinlich den Knopf drücken. Genau das Ding mitnehmen. Und hier da genau seitlich irgendwie zumindest den Ball da durchschmeißen. Ups. Durch die Öffnung. Machst du hier? Ja. Genau. Nö. So. Da kann ja nichts großartig passieren. Ok. Ok. Dann müssen wir ihn nur rumleiten. Ja er liegt hier. Und zwar. Ich darf jetzt raus ne. Jaja. Jetzt ist ja kein Thema. Dann folgendermaßen. Einmal hier hinleiten. Und jetzt werden wir den Ball wahrscheinlich. Jetzt nur die Frage wie wir den Ball da rein kriegen sollen. Aufgepasst. Ja stimmt. Stimmt stimmt. Das fehlt auch noch. Aber wir müssen nochmal. Nein. Vielleicht können wir den Ball auf das Katapult legen und können den Ball weit genug schleudern. Ach das könnte klappen. Kannst du gerade nochmal bitte ein Portal hier hinsetzen? Ah verdammt der ich muss. Guck mal nach dem Ball der rollt so ein bisschen durch die Gegend. Ja ja. Ich schnapp ihn mir. Ich schnapp sie mir alle. Wo ist denn der? Ach hier. Der rollt da so freundlich wie gegen. Ok. Ist der, ist der Strahl bis nach drüben durchgedrungen? Ja ja. Aber ähm. Ich hab jetzt nur Angst wegen dem Ball. Ich hab echt Angst. Genau. Der wird wahrscheinlich zerstört werden. Jemand muss mit dem springen. Oder? Ja sonst roll doch mal nur den Ball. Alleine. Ja deswegen. Das ist gerade die Frage. Hallo. Hallo. Sorry. Ne. Ne. Ok. Äh. Bleibt trotzdem die Frage. Oder jemand muss mit dem springen. Schieß du mich noch mal kurz hier vorne durch. Also willst du noch mal dein rotes Portal dahin? Ach das rote. Rot? Ne war richtig. Ja richtig. Rot. Ne. Nicht ganz. Genau. Ähm. So. Ok. Warte mal. Wer macht es jetzt mal anders? Mach du jetzt mal das Spiralding weg. Und setzt das hier vorne. Warte mal. Warte mal. Lass die Tür mal kurz offen. Ja. Ist offen. Äh. Kann ich da die Portale durchschießen? Ne wahrscheinlich nicht. Ah. Ok. Könnte du da was denn schießen? Hm. Warte warte. Hier. Hier auf der Seite kann der Ball nicht einfach durch oder? Nein. Ist das eine Öffnung? Ja. Doch. Hier ist eine Öffnung. Das war ja meine Idee. Das Problem ist nur. Warte mal. Doch. Ich weiß wie es funktioniert. Ich weiß wie es funktioniert. Ich kann hier im Portal schießen. Schieß du mal dahin. Ähm. Genau. Machst du so. Dann den Ball da rein. Aber du musst doch deine Portale setzen. Kann wieder runter oder? Ja. Genau. Dann dahin. So. Genau. So. Gar nicht sooo schwierig. Teamwork. 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 Ne ne das geht. Und gleich hat er ihn. Perfekt. Ich kann nicht länger schweigen. Allein würdest du das Hitzel schneller lösen. Orange wirf dich zurück. Warte warte warte. Hier. Komm her. Umarmung. Boah. Ja. Ich finde es super wie ich dir den Kopf tätschle. Ich wollte gerade deinen klauen. Noch man. Dacht ja gar nichts. Okay. Also es war mal spaßiger. Ich glaube. Ich glaube es ist wüffend. Oder. Passt auch immer. Volle Ziege. So. Erstmal mit der Protagan im Wald retiert. Ich warte im Aufzug. In meiner Demontagekammer. Eieieiei. Ja. Okay. So werden wir. Blue, Orange und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Mhm. Tja das stimmt. Blue werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Hehehe. Okay. Ne da hast du wohl Pech gehabt. Wer? Was? Wo? Ich hab dich zu gehört. Dir werden 75 Punkte abgezogen. Ja gut egal. Weil ich das angeblich mit Gleiters besprochen hätte. Ja wie immer. Hallo ich kenn dich. Gib's zu. Hallo Kameradenschwein hier. Okay. Also gut du musst Schwung aufbauen. Genau. Du musst irgendwo durch springen und da brauchst du Schwung. Ach du Heiliger. Achso unter. Wann hier nicht alles in die Luft fliegt. Kann ich nach unten? Ah. Da ist was. Sagst du wo du da Schwung aufbauen sollst. Ach doch klar ich weiß wie das geht. Ich weiß wie das geht. Ich weiß wie es geht. Ich weiß wie es geht. Ich bin tot. Ich weiß wie es geht. Ich weiß wie es geht. Ich weiß wie es geht. Moment. Ja. Ja. Du musst gleich mein Portal überschreiten. Achso. Jajaja. Warte. 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 Und weg. Du musst jetzt eben das Portal. Du musst dein Portal dahin schießen. Und ich. Jaja. Aber du musst deins erstmal richtig setzen. Dann kann ich mal eins setzen. Das ist doch richtig. Meins ist schon richtig. Du musst nur deins da drauf setzen. Und ich setze dann. Nein. Ich hätte auf den Knopf stehen müssen. Bin ich zu hoch. Ich habe vergessen. Ich hätte auf den Knopf noch vorher stehen müssen. Doch mal bitte hin machen hier. Okay. So. Jetzt diesmal aber. Okay. Ja. Und dann noch dein Portal setzen. Ja. Dafür musst du ja. Und. Jetzt warte doch mal ab man. Ja. Ja. Jetzt habe ich das Gefühl. Du. 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 Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht ob ich dir noch vertrauen kann. Okay. Achso. Der Würfel. Du musst ihn jetzt hier runter schmeißen. Gehe ich mal von aus. Nee. Ja. Kann nicht. Kann nicht. Warte. Ja. Ich bin runter gefallen. Ich bin runter gefallen. Muss der Knopf denn. Der. 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 Soll ich einfach machen? Ja. Oder soll ich den Countdown anmachen? Ja. Mach mal den Countdown an. Dass wir den nochmal benutzt haben. Warte, auf 1 oder auf 0? Bei go. Das sah sehr merkwürdig aus, aber es hat funktioniert. Okay. Hoi. Oh, kann ich das auch machen? Zwar ist für diese Tests Teamarbeit nötig, aber ich glaube nicht, dass ich euch im Zweierpack vertraue. Ja. Warum nicht? Würde ich auch nicht. Würde ich auch nicht. Ja. Vertraue mir selber nicht. Du bist ja wieder weggerannt. Oh, Entschuldigung. Na gut, dann feiern wir jetzt nur noch. Ich finde lustig, dass die Kamera irgendwie immer auf mich zeigt, aber... Oder sieht das so aus? Sie folgt auch mir. Okay, gut. Das sehe ich dann aber nicht. Wir gehen weiter. Okay. Hier kommt voran. Hier kommt voran. Hier, hä? Ich finde es lustig, wie das Team irgendwie immer weiter hinterherhängt. Ja, das ist echt schön, nicht? Wobei, wenn man wieder vorgeht, dann geht es wieder. Also, es ist irgendwie merkwürdig. Naja, solange es noch läuft. Ah, ich würde es auch wahrscheinlich stabiler hinkriegen, aber... Ah, naja. Ja. Hier oben haben wir einen Laser. Achso, ich stehe schon wieder in der nächsten Kammer. Ich habe leider am Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Montageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken, es reicht. Das klingt ja nicht gut. Nein. Ups. Okay, da vorne muss der Laser hingeleitet werden. Und wo ist der Laser? Da oben. Okay, wir können da oben ein Portal durchschießen, während wir in der Luft sind. Ja, ich wollte da vorne ein Portal durchschießen. Du kannst übrigens hier hinten auch noch ein Portal einschießen, hinter mir. Ja, das funktioniert aber nicht. Du, wie ich denn... Mach das mal ganz kurz weg. Ich will einmal was ausprobieren noch. Und zwar, wenn ich jetzt hier durchspringe, ob ich da vorne während des Fluges ein Portal hinsetzen kann. Dass wir zu dem Laser kommen, genau. Wenn ich jetzt... Ja, so hast du ja schon. Jetzt würden wir zum Laser kommen. Okay. Und zu einem Knopf, der ich weiß nicht was macht. Okay, gut. Warte, 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 warte. Nein. Ich bin rausgefallen. Okay, hast du den Laser? Ja. Warte. Du musst den Würfel irgendwie einfangen. Den Würfel. Welchen Würfel dann? Stell dich mal hier unten. Ach, da oben. Ja, können wir da nicht einfach ein Portal einschießen? Ja, guck mal, warte. Ja, ja. Lass mich erst mal sehen, wie der fällt. Machen wir einfach mal hier. Wo bist du? Ach Gott. Ja, warte, dann muss ich wahrscheinlich mein Portal setzen. Ups. Nein, nicht in den Laser rein. Ja. Ja. Zeig die an. Okay. Ja, ja. Bis in den Laser rein. Der ist im Strahl. Der dann allerdings freudigerweise auf uns zeigen geht, was nicht ganz so toll ist. Das heißt, wir sollten ihn... Ja, ja. Aufpassen. Okay, mach mal den Strudel weg. Also setz den mal woanders hin. Gut, jetzt können wir den Strahl lenken. Ach ja, okay. Aber wo bin ich genau? Du musst uns gleich allerdings navigieren. Lenk den jetzt nur auf dem blauen Portal. Ich hab da vorne auf der anderen Seite, auf der anderen Seite. Kannst du das Ding uns genau jetzt nur ein bisschen höher setzen, dass wir damit auf die andere Seite kommen? Also dein Rote ist jetzt hier oben hin. Da ist... Der rote Portal hier oben. Aha. Ach, da. Jetzt verstehe ich das gut. Dann kann ich ja, wenn wir drüben... Oh, hier ist ein Gitter. ...angekommen sind, nochmal hier. Mensch. Aber ich weiß ja schon mal, wo das hin muss. Kann ich hier mal raus? Warte, ich... Okay, ich bin drüben. Warte. Ich hab's geschafft, du auch? Dann hätte ich mir runtergefallen. Warte. Du kannst, wenn du da oben gegen kommst, kannst du einfach hier runter... Ach, Mann. Wenn du da gegensteuerst, kannst du einfach, ähm... Hier, ähm, da runterfallen. Also hier runterrutschen. Ach, da links, ne? Rüber? Ups. Genau. Du kannst einfach seitlich runterrutschen. Das habe ich auch gemacht. Muss nochmal in den Strahl landen. Ich wollte gerade fragen, ob du da reinkommst. Sonst könntest du dir auch da vorne setzen, aber... Ja, du kannst den da vorne hinsetzen gleich. Warte, wenn du in den anderen reinfallen kannst. Ja, aber... Oh Gott. Ja, das gab nicht. Hatte ich mir schon gedacht. Hatte ich mir schon gedacht. Warte mal. Ach nee, ich muss meine Portale hier halten. Natürlich. Ich muss ja die Portale halten. Warum machst du das? Because I can. Kannst du noch da oben? Ja, klar. Muss ich ja. Wenn ich drunter springe, bringst du nichts. Drüben. Dann setze ich... Du kannst da drüben kein Portale für mich setzen. Nein, natürlich nicht. Dann würde der Laser ja weggehen. Kann ich da irgendwie... Äh, du musst nur in den jetzt rein. Direkt da reinspringen. Du kannst dich hier gegen die Wand drücken lassen und dann da runterrutschen. Das habe ich auch gemacht. Also du meinst, dass ich in diesen oberen Stahl hier reingehe, ne? Genau, du musst jetzt nur irgendwie da wieder halt reinkommen. Ja, ja, deswegen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ja, 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 ja. Und dann musst du jetzt nur an der Wand runterrutschen und hier rüberziehen. Habe ich zumindest auch gemacht. Dann hat... Es hat funktioniert. Das habe ich glaube, zum ersten Mal funktioniert. Na. Natürlich nicht. Kannst du das Orange vielleicht noch ein Stückchen weitersetzen, weil du hast da immer noch Platz dazu? Wenn ich hier weiter... Das reicht leider nicht. Äh, kannst du nicht irgendwie in den anderen Blauen einfach von oben reinspringen? Also von da aus? Das wäre ein Plan. So, ich meine ja nur. Hätte man mal drauf kommen können. So, jetzt bin ich auf der Seite. Und dann einfach runterrutschen. Na ja. Ich hoffe, dass das klappt. Das funktioniert. Ich habe es auch geschafft. Das war, glaube ich, kein Bug. Na dann. Und dann können wir schon raus. Ja. Ja, mal sehen. Oh, aufpassen. Welchen Schraubernack wir hier wieder machen können. Ach, nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Warte, warte, warte. Ah, aber ich hätte auch durch dieses Portal gehen können mit dem Laser. Hört ihr jetzt auf. Das ist nicht nötig. Das ist das denn. Wollt ihr mich damit öffnen? Warte. Nein, das war die falsche. Das halte ich nicht vor. Irgendwie nach ein paar Sekunden nimmt er automatisch die erstbeste, die er gerade ausgewählt hat. Oh, hier. Hier, neu. Nieder? Ja. Ihr werdet euch dabei wehtun und das wird mich in Verzickung versetzen. Was ist denn? Wir gehen weiter. Wie nett, wie nett, wie nett. Eijei, ei, 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 ei. Mein Schreck. Da sind wir doch heute gut dabei. Ich freue mich. Ja, irgendwie so. Oh, um Gottes Willen. Naja, wir kommen ja voran. Das ist die Hauptsache. Perverture Laboratories. Nö, ist das nicht. Wie gut kennst du Blue wirklich? Ich weiß nicht. Nö. Ja, warum auch? Genau, die lassen wir jetzt umkehren. Wir können die umkehren, sehr schön. Für die Frage, wo wir das hinsetzen müssen. Das brauchen wir denn überhaupt. Da würde ich besser nicht unterfallen. Wir könnten da hin. Ich habe hier ein kleines Loch gefunden. Warte, warte. Ein ganz dezentes. Ganz dezent. Oh ja. Ui. Okay, man explodiert schon während des Falles. Das ist natürlich auch sehr schön. Ich habe es gesehen. Ja, das war ich. Alles eine Intrige. Ich wusste es genau. So, wir müssen da oben irgendwie reinkommen. Ich muss irgendwie in den Strahl reinkommen. Warte mal. Kannst du dein rotes Portal... Ah, und da oben... Weiter nach unten setzen. Ach, warte mal. Okay, ich weiß, wie das geht. Und da oben bekommen wir auch noch einen Cube übrigens. Ach, hier haben wir einen. Natürlich. Aber ich muss... Ja, ja. Warte. Nee, ist richtig. Ja, lass mich einfach hier rüber fahren. Genau. Warte einfach mal hier. Ja, ja. Wie immer. Und beobachte deine Sicht. Erwartet wie immer. Und dann lasse ich dich im Regen stehen. Genau. Komm, rein damit. Ja, und jetzt muss ich umkehren. Genau. Die Frage ist nur, wo der Würfel hin muss. Umkehren. Du kannst dann eigentlich einfach abspringen. Ja, die Frage ist dann trotzdem immer noch, wo wir den Würfel hinlegen müssen, genau. Auf den Knopf. Sicher. Keine Ahnung. Weil so kommen wir hier immer noch nicht rüber. Richtig. Und hier komme ich nur zurück. Aber wir können die Portale jetzt theoretisch anders platzieren. Das geht das, geht das. Wir brauchen noch irgendeinen Knopf, oder? Oder etwas anderes. Okay, da oben ist ein... Ach, da oben. Ah, guck da oben. Kicks immer. So, ähm... Ach, das ist ein Knopf. Wir müssen da den Flynn bringen. Ja, richtig. Ich bin dabei. Entschuldigung. Ja. Der landet da oben. Und dürfte dann genau da durchpassen. Eventuell, falls er richtig fliegt. Ja. Perfekt. Gut. So einfach ist das Ganze. Okay. Können wir das Ganze jetzt noch sabotieren? Nur mein Vorteil. Klarheit. Ich fragte Orange gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Ja, genau. Sag's auch laut, Glädis. So. Wusstest aber schon immer. Egal, meine Liebe. Na, Blue, hast du eine Affäre? Du bist wohl nie genug. Ich glaube nicht. Nein. Von was? Bitte? Du? Das war's für das. War's für das. Diese nächsten Tests require co-operation. Consequently, sie haben niemals been solved by ein Mensch. Das ist wo du kommst. Du wirst nicht krank. Du wirst nicht Angst. Du wirst nicht nichts. Du wirst perfekt. Test Test ündenber completed. Continue testing continue testing continue Die zwei von euch haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Jetzt ist es Zeit für eure reale Ziel. Don't disappoint me Or I'll make you wish you could die